Megatron, meinen Scans zufolge befindet sich die Fabrik genau unter euch. Aus diesem Schacht kommen keine Abgase. Wir können uns den Weg freischießen. Macht ihr euch keine Sorgen, dass ihr in einem Smilzofen landet? Machst du dir keine Sorgen, dass mich dein Geschwind vermüßt könnte? Stücke schneiden! Ich brauche dich ganz! Wir sehen uns da unten! Megatron, Starscream weiß von eurer Präsenz in der Fabrik. Rechnet mit Widerstand. Gute aus! Gute aus! Die Fabrik hat sie aufmeistet. Die Fabrik hat sie auf einem Befehl hin reaktiviert. Ich habe sehr spezielle Pläne für diese Einrichtung. Sehr schön. Was? Schneid auf der Brücke, Megatron. Zermalmt sie. Das ist ein Teil des Emon. Ichibatano! Die Seelen stehen echt gut drauf. Na, komm schon! Bin gleich wieder oben. Die Seelen stehen echt gut drauf. Die Seelen stehen echt gut drauf. Die Seelen stehen echt gut drauf. Sobald genug dunkles Energon produziert wurde, benutze ich diese Behälter, um es nach Cybertron zu transportieren. Das wird bei den Autobots für eine riesige Überraschung sorgen. Mich ermüden diese sinnlosen Versuche, sich mir zu widersetzen. Das dunkle Energon wird mir gehören. Was lässt euch glauben, dass ihr das dunkle Energon kontrollieren könnt, wenn alle anderen daran gescheitert sind? Nur die Starken verdienen eine solche Waffe, Barricade. Und ich bin der Stärkste und stelle mich nicht mehr ins Lager. Cybertron. Imperialbots im Anflug. Ich bin der Starken. Sie sind aus der Stärkste. Ich bin der Starken. Ich bin der Starken. Ich bin der Starken. Die Schmerzen sind aus der Stärkste. Und auf sie. Na drüben! Feuer! Die Waffen werden aufgelassen. Wohin jetzt, Megatron? Die Schäden sehen alt aus. Sie sind nicht erst vor kurzem entstanden. Ich kenne aber keine Waffe, die das hätte anrichten können. Mir egal, was es war. Finde deinen Weg hinüber. Die Holo-Karte zeigt keine Schäden in diesem Bereich ab. Ja, das ist unerwartet. Der ganze Bereich liegt in Trümmern. Wer sich abgeschossen werden, der soll sich nicht! That's right, I'm cold, dead-ass. Wohin jetzt, Megatron? Die Schäden sehen alt aus. Sie sind nicht erst vor kurzem entstanden. Ich kenne aber keine Waffe, die das hätte anrichten können. Mir egal, was es war. Findet einen Weg hinüber. Die Holo-Karte zeigt keine Schäden in diesem Bereich ab. Ja, das ist unerwartet. Der ganze Bereich liegt in Trümmern. Ich krieg mich hier, Es gibt zwei esseASE! Was unter der Droh! Doch! Und wenn wir uns kommen, können wir uns aufpassen. Das war's für heute. Bewege mich zu Fuß weiter! Wenn nicht abgeschossen werden will, sollte ich nicht blicken lassen. Ich bin nicht schief, ich bin nicht schief. Ich bin nicht so stark! Das war's für heute. Das war's für heute. Schnellen und umsiehen! Scheiße ist deine Grenze! Ich lasse mich nicht von feindlichen Fahrzeugen ärgern! Ich habe das Logbuch der Station heruntergeladen. Übermittle Daten. Faszinierend! Darin steht, dass ein Teil des dunklen Energons instabil wurde und die resultierende Explosion diesen Abschnitt der Station zerstört hat. Dunkle Energon ist dafür verantwortlich? Diese Narren wussten nicht, wie man es kontrollieren kann. Ich mache nicht denselben Fehler. Die Narren wussten nicht so. Die Narren wussten nicht so. Die Narren wussten nicht so. Ich muss nicht vermittelt werden, aber die Grenze sind nicht so. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. ,, ,, ,, ,, ,, Geh! Schau! Sieh jetzt mal, ihr Fähler! Zählen, mach ich! Der Boden bricht auf! Schnell, zur anderen Seite springen! Der Boden bricht auf! 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 Der Boden bricht auf!